Wir sind gerade dabei, ein großes Musikprojekt aufzuziehen. Wir nehmen drei Geistliche, ein Priester, ein Rabbin und ein Iman, um das Zusammenleben zu besingen. Das ist ein schönes Projekt! Denkst du nicht, es ist zurzeit ein bisschen riskant, was über Religion zu machen? Genauso, was brauchen wir jetzt? Sie müssen jetzt unterschreiben. Ja, ja. Das sind unsere Standardverträge. Abzeichnen und unterschreiben. Du trittst als Imam auf. Das ist ja irre. Die macht von dieser Kappe. Hör auf zu rauchen, Kleiner, ist nicht gut für die Gesundheit. Fick deine Mutter. Ganz genau. 32 Klicks um 15 Tagen. Die Leute wollen uns nicht zusammensehen. Wir befinden uns doch hier in einem Land mit christlicher Kultur. Jüdisch-christlicher. Nein, christlicher. Jesus hat in der Wüste mehr als 40 Tage den Versuchungen des Teufels widerstanden. Imam Nosef, Pater Benoit, Rabbi Samuel. Vielleicht bauen wir eines Tages nicht nur eine Kirche, sondern eine Kathedrale. Eine Synagoge. Eine Moschee. Das wäre schön. Das ist hart. No, no. Halt dich mit dem Finger auf mich. Ich mach, was ich will. Ich zeig, worin ich... Oh mein Gott. Hier geht mir mit euren Religionen auf den Geist. Shalom. Shalom. Bei uns heißt es auf Wiedersehen. Auf nimmerwiedersehen. Wooo coincidence. Wooo. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017